So, hallo und herzlich willkommen zurück. Wir verlassen mal diesen wunderschönen Strand. Ach, das sieht so fett aus einfach. Und tappeln mal in Richtung... ich weiß es nicht. Wir müssten... Eigentlich mal... oh. Scheiße ist hier viel. Was sind wir denn überhaupt? Hier. Wir müssten eigentlich mal da oben den Aussichtspunkt da... mal... machen. Weil dann könnte ich mal ein bisschen vorscrollen und dann machen wir das hier alles. Und dann machen wir zum Schluss erst wieder weiter mit der Story. Wir haben hier ganz in der Nähe eins. Dann machen wir die gleich. Ah, grünes Blatt. Schön. Uh, lauf. Oh. Oh, ein Bär. Drei Scharfschützen. Vier! Okay. Oh, nein. Also eigentlich... Bisschen schneipern. Den markiere ich mir auch noch. Ich würde lieber erst den Alarm ausschalten und dann den Bären loslassen und gucken mal, was der Bär macht. Kann ich hier überhaupt rein irgendwo? Da ist der Alarm. Zwei Alarme haben die. Fuck. Hier könnte ich rein. Ja, der Stank ist eh nicht zum Aushalten. Fuck. Wer ist denn Alarm da hinten, ha? Das ist echt nicht mein Klima hier. Wir könnten auf Ganze gehen. Hier kommt schon ein Bär. Ja. Ja. Ich glaube, dem Bär interessiert das nicht wirklich, dass wir hier sind. Kommt da jemand? Eine Skripperin auf dich. Was? Interessant. Hier ist ein Drink und ein Glow-Tub-Heir. Hm. Mann. Scheiße. Soll ich's radikal versuchen? Das kam von da drüben. Nö, nö. Du hast nix gehört. Hm. Hm. Nein, nein. Tust du nicht. Scheiße. Ja. 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 Scheiße egal. Jetzt können wir's auch radikal versuchen. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. 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 Oben. Okay, Viggy Smalls läuft jetzt hier drinnen rein. Dann können wir von außen hinten reden, hoffe ich mal. Das erste Mal mache ich dich fertig. Na super, der wieder weg. Das erste Mal mache ich dich fertig. Du kannst nicht fliegen. So kommst du mir nicht davon. Doch. Ach. Komm schon. Komm schon. Packen wir's. Dieser Fitze geht mir so auf die Nerven. Aus dem Wegel kann ich den jetzt nicht treffen. Okay. Dann mal los. Leck mich doch! Feuer, weg hier! Wieso brennt das jetzt hier? Die Explosion war da drüben. Äh. Mach den Moonwalk. Wow. Ah ah. Scheiße. Dauert nicht lange bis die Hütte hier auch brennt. Scheiße. Ja. Ja. Ah. Boah. Grauenvoll. Wie der Dame trefft sich jetzt würde ich gerne mal wissen. Ja. 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 Ah, diese Wege immer zum Funktur, die sind immer so weit. Warum muss der immer so hoch sein? In der heutigen Technik ist es doch bestimmt auch möglich, Funktur mit Tief zu bauen, oder? Das geht ja so einem so auf den Sack. Lauf ich halt hoch. Komm, Jason. Hm, ein Reh. So. Ah, im Moment machen wir irgendwie nur Story, ne? Ich sollte mal was anderes machen, langsam. Klettern. Klettern. Super. Ah, schön. 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 Da haben wir eine kurze Leiter. Zack, zack, zack. Toll. Ich dachte, da kann man schön rausgucken. Nein. Was ist denn da unten? Doch, steht einfach alles in Flammen. Ach, das sieht einfach so Hammer aus. Uuuuuh. Da. Ja, klettern. Gott, wie hoch ist der denn, ey? Braunvoll. Auslandsarbeiter. Ähm. Nimm. So. Ach. Ja. Ein kleines Lager. Ein kleines Lager. Ein kleines Lager. Und das war's. Gut. Ich mach dann mal eine ganz, ganz kurze Aufnahepause. Mal was trinken, mal was essen kurz. Ah. Und dann spiele ich eigentlich gleich direkt wieder weiter. Muuuuh. Ah. Strecken. So. Geht schon.